Ich bin das langsamer nicht mehr witzig, Mann! Wissen Sie, was ich alles durchgemacht hab? Mann! Und du willst mit mir nach Köln? Hier! Kannst du dir abschwiegen, mein Freund! Nee, hab ich... Ich hole mir jetzt ein Eis, willst du das? 10-Bucks! Ich hole mir ein Eis! Ich hole mir ein Eis! So! Wegzahlen, aber dann... Ja!